Sauberloids, Yoshi hier und willkommen zurück zu Borderlands 2 im Koop mit Bento, dem Butterbrood Oh ja, dem Butterbrood dem Butterbrood der kleine Insider so, wir sollen Claptrap verteidigen, ich glaub wir sollten das schon letzte äh, muss ich jetzt spielen dritten oder was? ja musst du wahrscheinlich also wenn du äh, äh, LED Charakter also, äh, ja go, go Gadget ähm, Moment, ich muss warte, ich glaub das Bento, ich glaub das Sprichwort hieß, alles Gute kommt von hinten, ne? ja, auf jeden Fall achso, die darf ich ja nicht verwenden boah, ja man, Bento, boah, ja ja, auf jeden Fall warum bist du eigentlich klein und ich muss mich jetzt erstmal an die ich bin klein, fett und rund so seh ich auch genauso aus ich bin ein Gamer, ich darf da so, los ich bin groß und fett ich bin groß und fett, kennst mich hier ja, du siehst aber wirklich so aus ich tue nur so, als würde ich so aussehen guck dir mal Kajott an boah, Kajott, äh so Achtung, Achtung, explosiver Gastank hab ich nicht getroffen, ich bin auch so genial warte mal, Kuh war Granat, ah ne, geht doch, geh war Granaten was war Granaten? äh, Garanaten werfen war Garanaten Garanaten? Garanaten, ja sag nichts gegen meine Garanaten meine Garanaten können total viel diese Waffe, ich mag diese Waffe, ich mag diese Waffe nicht, ich mag sie du mag sie, du mag sie nicht, du mag sie verkaufen, nur ja, genauso wie ich dich bald verkaufen werde du weißt schon, dass Menschen, äh, beziehungsweise Yoshi Handel illegal ist und mit Kastration bestraft wird, besonders bei Bentos oh Mann ah, ich hab den Checkpoint aktiviert du Noob boah, nein, der hat's getan, Leute hat's getan der hat den Checkpoint aktiviert hat den Checkpoint aktiviert charmiert okay, jetzt zu있는 aden ai, wieder im Kampf Alter, ich bin grad zu Call of Duty-Steuerung trennten ja, nur, weil du die ich vor 근데, ich spiele zwaren, glaub ich nee, nicht unbedingt ja, da hab ich ja ein gewisses Spiel, was überhaupt nicht auf einem Schlachtfeld stattfindet. Ja, um was geht's? Achso, ich weiß, um was es geht. Ja, das darfst du nicht spoilern. Es könnte ja dazu kommen, dass sie wissen, was gemeint ist. Boah, Bento. Nicht so mies. Ja, alles Gute von oben. Nein, alles Gute kommt von hinten. Ja, bin ich gerade von oben, also bin ich cooler als du. Nein. Aber irgendwo ist hier noch einer. Ja, oben. Und da komm ich nie hoch. Über mir, über mir, über mir, über mir, über mir. Ja, klar, über dir. Wo denn sonst? Okay. Da wird mal eine Granate hin und dann ist da Ruhe. Stieb, 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 stieb. Ich muss nachladen, das ist nicht gut. Vergiss doch mal die Waffenkiste, Joachim, wir sind noch mitten im Kampf. Ich hab gar nichts mit der Waffenkiste gemacht. Soll ich dir mal zeigen, wie man da hochkommt? Voll die miesen Anschuldigungen hier. Ja, bitte, warte, 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 bitte, 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 zeig mal. Wo, wo, wo. Ja, warte, ich muss jetzt noch kurz Up-Check-On. Up-Check-On? Die Treppe hoch, ja, ja, ja. Vollfightern, ach so, da, oh. Doktor, doch, da war ich auch irgendwann mal. Warte mal, Waffenkiste! Mit irgendwas drin, Munition, yeah! Apple-Schule, Munitionsfund. Total, nicht, normal, nein, joach, boah, ich bin gut. Ich hab jetzt einfach irgendwas genommen. Warte, was hat mir denn überhaupt genommen? Ich hab mir ein besseres Schild genommen. Ich weiß nicht, was ich mir genommen hab. Ich hab mir irgendwas genommen. Ich hab einfach nicht drauf geguckt. Clap-Drive, hi, Clap-Drive. Hallo, komm, drauf. Ich höre im Moment irgendwie gar keinen Sound. Warte mal. Ich stelle mal ein bisschen. Ja, äh, Yoshi-Granate, gell? Ja, Granaten. Ja, ich bin fast... Sound fail! Sound fail! Ich bin so gut. Oh, was los. Äh, wir machen mal gerade Escape und dann, äh, sehen wir uns gleich wieder nach Sound fail-Behebung. Ist gleich, tschüss. So, nach Sound fail-Behebung wieder da, mit Bento. Warte, ich hab noch gar nicht aufgemacht. Äh, Bento ist auch am Start, aber der macht sich's jetzt mal extra schwer. Mit Sonnenbrille will der zocken, der Typ. Mit Sonnenbrille, das müsst ihr euch mal antun. Mit Sonnenbrille, ja. Äh, so, ich bin jetzt auch wieder am Start. Ja. Mit der Aufnahme. So. Und ein bisschen später als... Wir sollen Claptrap zu seinem... Äh, vielleicht setzt mich... Oh, egal, vergib dich. Ach, du kannst ja auch mehr joinen. Ja. Oh, ich bin gut, ne? Ich bin voll talentiert und so, total. Ähm, ja. Kaum ist man wieder... Total... Ich bin einfach in meinem Flow drin gewesen, weißt du? Ich kann doch jetzt nicht mit Sonnen drin esocken. Nein, es geht nicht, dass du da fliehen. So, ich soll... Ah, doch, du bist da... So, ich soll... Yay, du unterstützt nun den Kamm. Oh, hey. Und ich bin fast Level 5. Oh, hey. Jetzt darfst du da rumlatschen. Ja, du darfst erst mal mir hinterherlaufen. Okay, ich soll. Oh, 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 oh vor der Knie und die Sieg und die Sieg und er hat mir meine Mission wenn man die Munition gekauft hat und ich habe es nicht mehr aktiviert ich bin auch zu auswärts ja auch Wurde schon immer mit Ö geschrien. Wissen. Sind Ö? Ja Mensch. Sind die jetzt weg? Komm, mach auch kleiner. Los, Claptrap! Hey, vielleicht gehen wir noch mal zur Waffentüste? Oh, okay. Oh, das war's nicht gut drin. Das ist eine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Zählt. Nur, dass es eben aus... Übrigens... Ja. Weißt du was? Nee, gut. Oh, das war ein Saves-Mount-Waffe. Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Komm, wir beleben, wiederbeleben, wiederleben, wiederleben, wiederleben. Du musst wiederleben. Oh, Level 5 habe ich sie. Yeah, ich hab mir Geldpunkt verdient. Los, wir gehen. Mama, ich bin nicht lebe. Warte mal, Action-Skill. Ganz so akkorn. Yeah, ich kann ganz so akkorn gehen. Way awful. Ich bin an diesem Ort. Oh, ich bin noch nicht so weit. Komm, ich muss noch... Komm, ich muss noch... Ja, boom, boom. Ich bin Kater am Waffen. Oh, oh. So nenn die Leute, ihr Hunde. Boom. 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 Äh, ich will erstmal wie klein da. Naja, ich kümmere mich um die Werther. Alter, der kleine geht auf nie. Ach, Hilfe, Hilfe. Man Schild ist dauer, man Schild ist dauer, man Schild ist dauer. Und... Ja, ich hab'n Skillpunkt, aber wenn... Das wär' jetzt ein bisschen scheiße, wenn es zu mir ist. Ah, ich bin auf dem. Oh, ich bin auf dem Gesprung, dann mit der Schaden, äh, Wippen. Und ich muss dann auf den Stauben. Wenn du den richtigen Mod findest, kannst du Granaten herfen, die Ziele anpeilen, oder vollenspeilen, oder sich in Zeilen zu trennen. Ähm, greife ich im Moment beide an? Ben, du erzähl' mal was. Ich bin gut, ich hab' die Werther kaputt gemacht. Da wird sich der... Da wird sich jemand freuen. Au, 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 au. Wo ist der Blut? Wo ist der Blut? Alter, der Blut. Ich hab's gerettet gerade, ne? Oh, danke. Wär ja nicht nirgendwo. Ne, ne, überhaupt nicht, ich merk schon. Ich hab' die Werther gekillt, das ist viel cooler. Oh, okay, klar. Ähm, mit, ich muss mein Skillpunkt jetzt mal anwenden. Wo macht man das denn? Ähm, da macht man das. Ja, auf. Ich hab' viel zu viele Granaten. Ich modifiziere mal auch Waffen. So. Hier, ich hab' bestimmt irgendwo Waffen, so. So. Ist das sehr... ist der... Juhu Kalipenden und Zweifel, so. 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 er das war schon schießt jetzt noch mal auf dich neil wird wohl auch nicht wahrlich ich habe das trocken auch nicht mehr als trocken es gibt auch ein Okay, dann mach. Das Tor an. Oh, da ist ein Gegner. Oh, da waren Gegner. Da kommt noch ein bisschen, ich glaub nicht. Ja, ich spiele gerade was mit der Gerta. Ja, das war's, oder? Äh, ich bin ein bisschen zu blöd. Ich merke, dass du zu blöd bist, das ist mir nicht neu. So, das war's, oder? Äh, nein, da kommen noch welche. Und so ein Psycho, oh. Und ich hab ganz Circle Mode aktiviert, obwohl es total unnötig ist, aber egal. Einfach nur, um es den Zuschauern mal zu zeigen, dass es geht, und... Uh. Wo ist das? Ich seh die nicht. Oh, fuck, das sind ja noch viel mehr. Gehst du mal an den Schütz? Äh, an welchen Schütz? Die Bertha weiß ich. Ach, an die Bertha. Und ich soll die Bertha bedienen. Ja, ich dachte nicht. Ja, ich dachte nicht. Ja, ich lass die den. Gut. 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 Ich richtig mag Z Ups, das ist nicht toll, jetzt hab ich mein Skill aktiviert. Oh, das ist suboptimal? Neuer Rig, yo, und ich bin fast Level 6. Ich, 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 ich. Nein, ich, haaa, wie böse. Voll unnötig eigentlich. Du kümmerst dich um die Vögel, während ich mich um die anderen. Ich hab' ein typisches Kameraden. Ach, die macht schon. Ey, Alter. Ich dachte du kümmerst, du kümmerst nicht um die Vögel, aber nein. Ich muss immer alles machen. Oh, ich hab' ein Vogel, Aua. Gebt nicht, kein Stress. Lauf vor ihnen weg, Bento, lauf vor ihnen weg. Da. sind ich hab's getroffen ich hab 45 Erfahrung bekommen Jagd-Zertrag 9 8 der Zielgruppe freuen mal der will das vorbilder das war so recht stets der einsetzen und zwar nachher schaden in der Nähe dann noch nicht hier nämlich nachladen in einer Waffe die nicht viel wert ist was haben wir denn nicht weggebrochen hat ihn zu da schon zählt und hier wohl sind da ich vertue mich die ganze Zeit noch Schoßes ist keine Munition das klingt gut ja das mache ich ja wir nehmen auf auf ob er dort war ein Doppelbettel hier aber Am Monat fließt nicht, seit ich muss hier abschießen, halt der Zapf, holt der Puppe zurückgreifen. Uäh, neue Stärke. Zapf! Ja, 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 genau. Alles hoch! Oh, ja. So ein Hesens, der auf sein Leben wollt, ist es 2.30 Uhr. Näh. Jetzt echt. Waffen küsstet! Oh mein Gott, jetzt hat er alles schön. I, 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 i. Pfff, hat's keine doch so gut. Ventura Tasse getan. Psch, psch, psch. Ja, hätt ich die mal geöffnet, dann hätten wir alle vernünftigen. Manche fragen mich, warum ich immer wieder dieselben aufgezeichnete Ansagen abspiele. Ich habe auch ne Antwort für euch. Ein rot-grösel Schuhhahn gehts Auge! Das ist das, was? Es war nur eine Frage, Mr. Pff! Nicht immer noch Käffens Blitz! Oh, oh. Oh, oh. Unüberraschend. Ne, ich spiele nur ein Schuss, das sind wirklich gut dabei. Ja, ich finde die auch sehr gut. Das ist meine, das ist meine, das ist meine, das ist meine. Schon wieder ins Klo befasst, Ventu, du weißt doch, dass du das nicht machen soll. Das ist meine, das ist meine, 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 meine. Kuh. Das ist meine, das ist meine. Das ist meine. Das war deine. Die geile. Das war ja klar. Das war ja klar. Warte, wo sind die in A, das? Verkaufsdinge irgendwo. Sie bringt noch eine weg. Was? Sie bringt noch eine weg. Ja, weil mein Inventar ist voll, deswegen will ich jetzt gerade verkaufen damit nichts. Aber ich... Ja, ich werf schon ne Fickwaffe weg. Ich werf schon ne Fickwaffe weg. Ich werf schon nicht weg, hier, hallo, Geld. Die lohnt sich nicht. Für alles noch Geld. Hier, du musst sparen. Hier, Alter. Sparen ist angesagt. Hier, du hast keine Coole. Sonst. Sonst, du gehst bei mir wieder wahrscheinlich anbetteln. Äh, das ist unser Ding. Bin ich du oder wo du verkaufst? Was ist dahinten? Ja, wo dahinten? Ich muss ein Stück laufen. Hä, nein. Du warst für ihn schon gekauft, ja? Was? Ach, so, der, meinst, die Steuerzeichen, das heißt es verkauft? Ja. Ja, ich will verkaufen. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Ja. Ich such's nämlich auch gerade. Das ist... Was suchst du jetzt? Das ist nicht hier. Das ist... Das ist... Das ist über uns. Hä? Oh, ja. Okay. Stimmt. Stimmt, Sir. Das sollten sie aber auch mal anzeigen hier. Rettet. Da könnten sie noch patchen. Ja, da könnte ich dem Bento in den Arsch schießen. Wisst ihr? Da könnte ich dem Bento in den Arsch schießen. Meins, 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 meins. Nein! Ich bin der Check-Freund. Aber hier ist auch ein Verkaufsteil, glaube ich. Oh, hier ist ne Waffe. Mit 340 Schaden, magst du mit? Nein! Nein! Willkommen in Doktor Selbsttragbarer Klinik. Was kann ich für dich tun? Ja. So, warte mal. Moshi, du stirbst gleich. Ja. Ja, kann ich mir gerade vorstellen. Aber ich hab... Meine Schilder funktionieren noch gut. Warte mal. Dieter. Dieter. Ah, da ist eben ein großer Marodeur. ... Opfer. Opfer. Oh, 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 oh. Ops. Tadadadadad. So, warte mal. Ich hab schon alle erledigt. Ja, ja mach ich nochmal. vorbei ich hab mir dafür neun schild gekauft den kann ich allerdings auch gebrauchen und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen inwenden platz ich habe mir zwar schon wieder was reingetan aber egal ich habe sogar ein besseres schild weg weg welches schild hast du denn jetzt ich hab 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 ich ja sag einfach mal wie viel dinge es macht sie ist alt du willst es macht Nein! Mann, warum hast du denn letztlich gekommen? Das habe ich gefunden. Ah, ne, das war auch ein bisschen mehr los. Oh, 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 ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Okay, 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 okay. Willst du dich wieder belegen? Ja, ne, mach du mal. Ja, sorry. Ja, du wolltest du. Aber habe ich eben schon geschafft. Äh, du gehst schon wieder. Oh, oh, das setzt schon mein Skill an. Oh mein Gott, er setzt deinen Skill ein. Den nicht vorhandenen. Und es hat irgendwie nichts gebracht. Sehr gut. Ja, äh, schön Yoshi, dass du ihm hilfst, gell? Finde ich richtig perfekt. Ja, ich auch. Wow, Fisting Marauders. No money. Komm mal mit, kein Trick. Jetzt kommt's. Er will glitschen gehen, er will glitschen gehen. Aber erst im nächsten Part, im nächsten Part. Im nächsten Part, im nächsten Part. Und damit ein Tschüss. Yay. Tschau, ich bin raus.